Ja, ich brauche noch eine Lieferung, Stein von euch. Euer Wasser hat uns gerettet. Habt Dank. Oh, und wir haben Siedlerlimit jetzt erreicht. Das bedeutet, wir sollten jetzt die Kirche dann ausbauen, sobald die Steine da sind. Und da kommen sie auch schon. Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwelt. Ja, wir haben die Zebras wohl hier ein bisschen vertrieben. Aber damit spawnen sie auch schon wieder. Das ist das Schöne an Siedler 6. Die meisten Ressourcen sind nachhaltig, also sowohl der Fisch als auch die Tiere. Es kann halt mal passieren, dass an manchen Jagdgebieten... Zusammen sind wir weit gekommen. Dieser neue Titel ehrt mich. Wir verurteilen Crimson Sabbats Einmischung in Husrad. Deshalb stellen wir uns auf eure Seite. Doch sie wird uns die Wasserversorgung klappen. So viel ist sicher. Damit unser Dorf überlebt, müsst ihr uns regelmäßig Wasser schicken. Wir sind freie Leute. Und wir fürchten Crimson Sabbats und ihren Herrn. Wenn wir uns auflehnen, wird sie unsere Wasserversorgung kappen. Von nun an müsst ihr uns regelmäßig Wasser schicken. Sonst haben wir ein ernstes Problem. Ja. Sofort. Vielleicht müssen wir den Eisensektor nicht mal einnehmen und können gleich den Steinsektor, den zweiten einnehmen. Und ja, wir können eine Bäckerei errichten. Ja, sieht fast so aus, als könnten wir den Steinsektor so gut einnehmen. Das kostet 500. Also ja, wir brauchen erstmal noch Gold. Und wir brauchen Stein, um ein Torhaus zu errichten. Und da man sieht, die Zebras, sie regenerieren sich schon ein bisschen. So, wir haben eine Bäckerei. Der Bäcker fängt auch schon an zu packen. Oh. Ein Karren wurde ausgesandt. Jetzt hätten wir fast verpeilt, das Wasser loszuschicken. Ja, wir kriegen jetzt auch endlich ein Eis. Ja, mit zwei Trupp Schwertkämpfern und zwei Trupp Spore Schützen sollten wir das eigentlich dann hinkriegen. Euer Wasser hat uns gerettet. Habt Dank. Der Messe könnte auch hilfreich sein, um ein bisschen schneller an das Geld zu bekommen, was wir brauchen, um den Sektor einzunehmen. Ja, aber mittlerweile sieht es recht gut aus hier. Ach, der Wildti... Die Löwen, da nerven halt. Gerne mal. Sollten wir, sobald wir hier ein Torhaus haben, da oben mal dicht machen. Euer Wasser hat uns gerettet. Habt Dank. Ja, Tierkörper kriegen wir genug. Wir kriegen auch jetzt genug Eisen. Stein ist halt noch so das Dämmchen. Aber selbst darum kümmern wir uns ja jetzt dann. Hier sieht alles okay aus. Ach, wir haben Nahrungsmangel. Wir verurteilen Crimson-Sabbats Einmischung in Husran. Deshalb stellen wir uns auf eure Seite. Doch sie wird uns die Wasserversorgung kappen. So viel ist sicher. Da wir so viel Tierkörper haben, kriegen wir nochmal einen Metzger. Damit unser Dorf überlebt, müsst ihr uns regelmäßig Wasser schicken. Wir sind freie Leute. Und wir fürchten Crimson-Sabbats und ihren Herren. Wenn wir uns auflehnen, wird sie unsere Wasserversorgung kappen. Von nun an müsst ihr uns regelmäßig Wasser schicken. Sonst haben wir ein ernstes Problem. Wir haben ein Territorium eingenommen. Ja, schicken wir gleich mal los. Und ja, Crimson-Sabbat hat jetzt auch den Sektor eingenommen. Etwas ärgerlich. So, dann schützen wir mal hier uns vor den Löwen. Euer Wasser hat uns gerettet. Habt Dank. So, da frage ich mich gerade, wo unser... Ah, da kommt unser Steinmetz unser Erster. So, das Ding weiter ausbauen. Jetzt haben wir übrigens dann auch die Möglichkeit, Straßen auszubauen, wenn wir wieder Steine haben. So, unser erstes Militär. Machen wir jetzt mal hierzu langsam. Geld kommt rein, das ist immer gut. So, unsere Truppen hätten wir schon mal. Wir brauchen aber immer noch Stein, weil ich will erst den Wald zu haben. Wo wir irgendwas anderes machen. Und ja, wenn wir keinen Handelspartner haben, können wir gerade auch kein Holz verkaufen. Können wir die mit Sky mal fertig ausbauen. Und ja, könnten wir uns langsam um das Meht kümmern. Den Baum wollte ich nicht einreißen. Das müsste reichen an Unig. Wir produzieren sogar genug Weizen und eine zweite Farbe. Wir verurteilen Crimson-Sabats-Einmischung in Husran. Deshalb stellen wir uns auf eure Seite. Doch sie wird uns die Wasserversorgung kappen. So viel ist sicher. Damit unser Dorf überlebt, müsst ihr uns regelmäßig Wasser schicken. Wir sind freie Leute. Und wir fürchten Crimson-Sabats und ihren Herrn. Wenn wir uns auflehnen, wird sie unsere Wasserversorgung kappen. Von nun an müsst ihr uns regelmäßig Wasser schicken. Sonst haben wir ein ernstes Problem. Ja, die Mauern erweitern. Dich mal ausbauen. Dich mal ausbauen. Ah, Crimson-Sabat hat sogar den Weg zum Kloster jetzt dicht gemacht. Ärgerlich. Aber können wir nichts machen. Außer alles nach und nach PHP zurückzuerobern. Wenn wir dann genug Truppen und so haben. Euer Wasser hat uns gerettet. Und ja, ich könnte theoretisch hier einfach, weil es auch ein bisschen niedlich ist und wir Holz eh im Überfluss haben. Und wir hier ein bisschen abbiegen. So. Dann brauchen sie erstmal ein bisschen, um sich da durchbrennen zu können. Und so lange kann ich mit meiner Armee hin. So. Machen wir mal hier. Ganz dicht jetzt. Ja, zwölf Steinen brauchen wir noch. Oh, wann hat sie uns ein Wildbestand nach da oben verlangert? Na, man merkt, Wildwandert auch. Jyllisch. J current. To원이. Du HEYT-Shiv. Du gefühlstoritmes. Du denkst hier in der Hand. Bis zum nächsten Mal.